Los jetzt, nimm dein Ding in die Hand und ab geht's. Und damit grüße ich Sie und Euch. Ganz richtig, das war's. Beim neuen Teil, Let's Play Together, Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Weiter geht's. Ich hab ein paar Limo geholt. Ich hab's im letzten Teil schon gesagt. Den Ehrgeiz hoch jetzt zu halten und die Motivation vor allen Dingen mit dazu, das wird jetzt immer schwerer. Ah ja, komm. So, jetzt versuch das Ding mal da oben zu... Aha. Aber, da hätte ja jetzt mal ein Geheimniszitter sein können. Äh, ja genau. Sieht so geil aus. Ja, das Spiel nicht so geil aussehen würde. Jetzt ist schon längst aufgehört, ne? Hm. Nein! Dieser Pogelsprung kann einem echt zum Verhängnis werden, das muss man mal ganz klar sagen. Du hast mir grad schon wieder die Eule weggenommen. Du, dein Eule mal. Jawohl. War das K eben auch? Ja, doch. Nein! Komisch. Siehst du, wie das ist? Siehst du, wie das ist? Ja. Mein Herz, mein Herz. Oh, mein Leben. Ach, wir haben 14. Geh durch, schnell! Geh durch, schnell! Musst du mich so hetzen? Ja. Nein! Ach, ich hab wieder auf den verkehrten Bumsaffen geguckt. Oh. Jetzt muss ich die Scheiße wieder... ...machen hier. So, komm, du. Ah, shit! Komm, du. Das Spiel ist echt nicht normal manchmal. Es ist echt nicht normal manchmal. Manchmal ist es echt fies. Und ich hab schon gedacht, Metroid Prime wäre fies. Wäre fies. Aber das hier... So, jetzt gleich wieder zurückspringen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja heißt... Was war das denn, bitte? Na, immerhin. Zwei blöde, ein Gedanke. Das ist... Na, ja. Stopp. Und jetzt erst springen, wenn man das sieht. Jawoll. Ah. Das kann doch nicht wahr sein. Also... Diese Lenin hier, ne? Die regen mich echt auf. Komm, mach das nochmal so eben. Da bist du eben... ...durchgejumpt. Nein, mich nicht. Oh, ich war hier. Nein, war es nicht. Ich bin im Anflug. Ich bin im Anflug. Aber er muss euch alleine machen, weißt du? Ja, dann zeigen wir, was du kannst. Hä? Ich muss mich schon runter. Lass Sen hier. Oh, ja. Oho. Und nochmal. Es war hier eben nicht. Nimm Stalky Kong, was? Hey, ganz ruhig. Da oben gibt's was. Da oben hoch. Meinst du? Ja, guck mal da ist... Ich bin schon wieder auf dir. Warte, wir können... Drück mal A. Drück mal A. Drück mal A. Nein, 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 nein. Das geht schief. Oh, Secret Exit. Secret. Warte, warte, jetzt. Ich war doch wohl zuerst da drin. Aber 10 Münzen sind 2 Leben. Und, naja, immerhin. Ja, immerhin. Das ist ganz okay. Mammelrupe. Jetzt müssen wir aber nochmal hier rein. Ja. Das ist das normale Ende. Oh, nee. Wo geht's jetzt hin? Funky, ach ja, das ist gut. Aber wir haben doch nicht so viele Münzen, oder? Doch, 20. Was? So viel? Ja. Geben, am Ende die 10. 21. Sieben Leben, immerhin. Haben wir wieder 14. Ob wir jemals eine 2 vorne anstehen haben? Oh, nein. Oh, nee, Karlekin. Was ist das da links? Warum ist das da so rot? Das ist eine Melona. 5A vor allem, ne? Warum hat man... Bei Returns war es schöner, da hatte man es wirklich 1, 2, 3, 4, 5... Hier fängt man jetzt auf einmal mit A an. Gibt's auch noch 5B, bestimmt. Ein A für alternativ. Ja, und 5B für Beta. Quatsch. Hier sind ja keine Beta-Tester. Oder links gibt's bestimmt was. Langsam. Kannst du noch nicht reinspringen? Ich wollte schon sagen. Danke. Ich hätte sein können. Wie ist das passiert, wenn du nächstes? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Weißt du? Oh, nein. Guten Tag. Guten Tag. Oh. Oh. Da ist was Ekelhaftes. Wir sind in Honig. Achso. Ja, wo muss man dann sowas... Du bist... Oh, ja. Nein. Ich muss mich bewegen. Hallo. Ja, warte, jetzt. Achtung, 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 Achtung. Oh, hier sind bestimmt wieder unendlich viele Bandanen, oder? Oh. 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 Oh, mit mal. Ganz toll. Äh. Es sieht aus wie Lava, ne? Aber... Honig. Ja, sehr freundlich. Ich mach's dir runter. Oh wei. Oh wei. Oh wei. Und das soll alles ein Bienenstock sein hier? Was soll denn das... Oh, ich hab' ich wieder eh gesehen. Was gibt's hier unten? Danke. Danke, ich seh' nichts. Ja, da war nix mehr. Ich seh' immer noch nichts. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja. Jetzt aber gut, Münze? Nein! Warte mal warten. Ja, jetzt nix. Oh. Ja, es war klar. Es war klar. Äh, ja. Oh Gott, ich dachte schon. Warte, da unten gibt's bestimmt noch was. Nein, wir müssen wahrscheinlich, äh, alle Bananen hier einsammeln. Komm mal runter. Dann halt nicht. Ja, warte doch. Äh. Jetzt komm hier runter. Weißt du, es geht wieder sonst was. Na, was gibt's da? Ja, da hab ich ja nicht, dass ich kein Leben zweimal verloren. Ja, ja. Dafür machst du andere Sachen. Hey, der Witzgeier, Kapitän. Dafür hab ich kein Leben zweimal verloren. Nee, nee. Ui, 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 ui. Aber da sieht man's leider nicht. Äh, ja. Danke. Sehr liebenswürdig. Und noch ne Runde. Ja, das ist das erste. Hä? Das müssen wir mal. Wenn die Wörner verliehen ist. Jawohl. Komm, nu. Boah. Oh nein, jetzt mit. Was wird das denn jetzt? Hallo. Was denn? Oh, da ist ein Fass. Boah. Kein Fass. Kein Fass. Ein Zikret. Oh nein, da muss man irgendwann... Bäh. Ach, ein Schwein, wie er im Buch steht. Oh. Was ist gestorben? Ja, Oppi. Wieder ein Leben. Zwölf Leben. Hä? Das ist die Lea. Das ist doch scheiße. Das ist die Lea. Wieso, ey? Oh nein. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Sie muss kämpfen, sie muss kämpfen. Oh, und tschüss. Du bist ja ein Held, ey. Du bist ja ein Held, ey. Hey! Du bist ja ein Held, ey. Hey! Nein, da wäre ein Donkey-Kunfuss. Oh. Warte. Gut, dass du es festgehalten hast. Ahaha. Ach so, das fällt ja runter. Ja, aber es wird noch mal langsam, bevor es runterfällt. Und tschüss. Und tschüss. Oh nein, das war ich doch gar nicht. Boah, hör auf, ey. Das erinnert mich immer an Thun der Halbmann. Da geht's nur. Banane. Ich hab's gerade noch gesagt. Warte, nicht aktivieren. Ähm. Komm. Ah, nicht da. Hallo, 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 hallo. Hm. Boah. Da gab's bestimmt wieder irgendwas. Ansonsten wäre das Vieh doch nicht da drauf. Hoch, hoch, hoch. Runter, runter. Wir können es nicht irgendwie... Das war's. Was soll das denn? Wir können die Biene nicht steuern. Dann dürfen wir vorher kein Herz zu verlieren. Ja, das Spiel kann... Das Spiel... Hey. Kann doch nicht so aus... Kann doch nicht so... Mann! Kann doch nicht so ausgelegt sein. Da, wir haben hier... Null Möglichkeiten. Das meine ich mit diesem scheiß kurzen Springen. Warte. Das ist... Komm her! Danke. Was hab ich denn jetzt gemacht? Mir hat das Ding weggenommen. Das ging mit der Zeit weg. Da, jetzt hier, weder rauf noch runter. Da, das... Wie soll das gehen? Danke. Bitte. Siehs mal, wie das ist. Moment. Gibt's da was? Naja, besser nicht. Vorsicht. Darum ist was dran. Ja, aber wieso? Vor allen Dingen... Ah, Mistvie. Hallo hier geblieben. Ah, damit... Warte mal. Ich muss mal kurz hier gucken. Darf ich nicht leben. Toll, toll. Das war falsch. Lol. Das da oben war bestimmt noch ein Bonus. Ich glaube, das hier ist das Bonus. Mein Freund. Stimmt. Sehr gut. Hallo? Der kommt jetzt nicht mehr wieder. Dann sind wir hoch. Und mich da oben dran. Ah! Da oben ist auch noch eine Münze. Hallo hier. Schneller. Mann. Oh! Hallo! Wenn ich jetzt zu dir... Was soll ich denn machen? Hm? Ah! Ich bin schon wieder auf deinem Rücken. Jawohl. Vier von, äh, Sörben. Sörben, hm. Was ich denn der Niederländer sagen würde. Wenn ich nicht, wenn ich nicht, wenn ich nicht bin. Ich bin nicht, 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 ich bin nicht. Oh, ja, stimmt was. Wow! Oh, ja, genau. Ich bin so weit hin, ich bin so weit hinten! Ah! Was ist das denn? Oh, pfff! Wir dürfen nicht unten? Ja! Wir dürfen nicht unten! Ich hab den Buchstaben! In den Tod. Oh! Warte. Ich glaub da unten war noch was. Meinst du? Wir hätten an den Dingen kleben bleiben müssen. Never! Das ging doch, das ging nur nach unten, das konntest du doch sehen. Wie weit das noch runtergegangen ist? Nein, nein. Da unten ist doch der Sirup zu Ende. Na gut. Jetzt lass du mal. Scheiße! Das hätte das DK werden sollen, aber hey, Münzen sind auch... Du hast was zu trinken gekriegt, ne? Du hast gewusst. Oh, danke. Danke! Vier nur. Und das nur, weil ich das Sekret gefunden habe. Das ist auch so ein Sekret. Oh, nicht Sekret. Wo geht's da jetzt hin? Ach! Ich weiß gar nicht, warum du schwitzt. Ja. Nicht sonst wo. Die Hände spitzen nicht. Ja. Ja, da spitze ich auch nicht, du Trottel. Saftladen. Ja, aber erst mal Leben. Wir haben nur die Null. Oh, schon wieder. Wir können uns doch jetzt kaum Leben holen. Doch. Dauert auch nur wieder Ewigkeiten. Wenn das Geile ist, Funky, genau wie Cranky im letzten Teil, bei Returns, ist immer in jeder Welt. Wie kommt der da hin? Das... Wir laufen auf Früchten rum, ist auch nicht ganz so sehr realistisch. Naja. In der Welt schon. Softladen. Guck mal, wie viele da. Bist du sicher noch ein Teil, noch ein, noch ein Ding? Nur mal reingucken, wir schaffen das sowieso nicht. Wir gehen sowieso Game Over, kann ich jetzt schon sagen. Wie motiviert du doch bist. Sagt der Richtige. Und positiv eingestellt. Ja, ja. Vielleicht kann dann nachher noch eine Ablöse kommen. Die sagt nix. Naja, stumm. Kann sich auch anstellen. Squawks! Squawks ist böse. Ah, da hat ein Ding auf. Gab's da oben was? Nein, jetzt schwimmen wir in diesem Scheißfunk. Schwimmen im Bärensaft, im Bärensaft, im Bärensaft, lecker, lecker. Was ist denn das? Warte. Warte. Ja, ich wollte die Banane noch holen. Hast du die denn? Nein. Ja, dann warte doch. Ich brauche, aber du brauchst Luft. Achso, ja, habe ich auch gerade festgestellt. Aha. Warte, bleib da, bleib da, bleib da. Warte, da oben ist was. 100 Euro. Ja, aber da kommen wir nicht dran. Schade. Sehr gut. Hoppala. Ich bin auf den falschen Haufen geguckt. Ja. Am Hintergrund, wie geil sieht das denn aus? Ja, ja, komm du. Ja, Furz, das gehört. Mö, ist das ziemlich oft. Oh, Papier. Papier. Oh, komm, wir haben sogar einen Mönster. Kommt wieder zu dir. Jawohl. Das erste von neun. Wieso sind hier immer so viele Puzzleteile? Ach, du Heilige. Hoppala. Wieso ich das? Achso. Oh. Oh. Wieso musst du mir das nachmachen? Wieso? Weißt du, ich bin selber am Sterben und meckert mich dann noch an. Oh. Äh. Was war das? Keine Ahnung. Nicht schütteln. Diese Viecher, Mann! Wir können ins Wasser, ne? Achso, ja, genau. Da muss man sich erstmal... Gute Idee, Calvin. Sich erstmal dran gewöhnen, dass man das hier überhaupt kann. Sparks! Da unten ist ein Hai. Das ist kein Hai, das ist wahrscheinlich wieder diese... Gibt's da oben noch irgendwas? Gibt's da oben noch irgendwas? Nein, das ist doch kein Gegner für mich. Ne. Das bist nur du selber. Ne, du. Gucken wir hier immer die Plattform und die Gegner weg, wo ich drauf lande. Ja, natürlich. Das sieht aus wie so eine Halfpipe. Halfpipe. Halfpipe des Lebens. Das ist eine Raspel am Hintergrund. Oh, wei. Oh, wei! Danke, dass du mir die Plattform wieder weggenommen hast. Das hast du ja toll gemacht. Warum hat sich jetzt... Die Musik verabschiedet, würde ich sagen. Aber ich könnte auch sagen, warum hat sich jetzt Donkey Kong verabschiedet. Gibt's hier irgendwas? Jawoll. Wie geht's? Gibt's hier ein Bonus? Nein! Hä? Na, du bist leider tot. Darf's alleine machen. Das regt mich doch schon wieder auf. Ich hab mir das gerade eben noch so gedacht, wo ich aus Versehen in den Gegner reingesprungen bin. Ich habe mich jetzt wieder auf. Ich hab mir das haltet. Einmal hier. Gemा mir das! Gir す! Voller Cheater hier mit seinem Stacheln durch Wollte ich mich gerade juppenkratzen Das ist doch nicht wahr Oh, da ist ja noch eins Oh, die hat man ja wohl gesehen Ach und deins nicht Lass mich mal an den Nass Danke Was? Vorsicht Nein, oh Vorsicht Da ging es ja gar nicht weiter runter, auf zu schreien Hast du ein Schwein Danke, ich sehe nichts Wie kommt die denn jetzt darüber und wo bin ich überhaupt? Denkst du auch irgendwo Komm, wir uns mal ins Wasser Immerhin Ach Calvin, ist gut jetzt mit dem Wasserspielen hier Ja, äh Achso, ja Du Scheißding Hä, was solltest du denn machen? Wow Dass er jetzt esse, dass er die immer auf die eine und die gleiche set Müsstest du ihn auch treffen Nein Muss ich ihn nicht Ach komm, war glück Äh, das ist neu Das ist ja cool Das ist ja mal geil Wir würden doch so schnell Und es ruckt auch zierig Also jetzt nicht nur bei euch, sondern auch bei uns Ich hoffe, dass das Rucken jetzt wirklich, äh Dass wir das in den Griff bekommen haben Ey, schon wieder zu nah dran Halt, mein Ich hab auch eins gebraucht Naja Naja Der Hai Danke, Calvin Ich hab die Plattform nicht weggemacht Nein Ganz hier vorne Letztes Leben Ich trau mich gerade nicht Trotzdem erster drin Immer erster sein, ey Klar Wieso ruckt das so? Ich glaub, das sind die Das sind so Einrastdinger, wa? Wo die Fässer dann kurz stehen bleiben, wa? Ja, so heißt es Der Idiot wieder da Tja Wieso soll's dir besser gehen als mir? Hallo Äh Da unten gibt's bestimmt irgendwas Das Problem ist, man, man, man sieht's ja nicht Und das war's Nein, du kannst den attackieren, du kannst den attackieren Ja, kann ich ja ganz toll Ja, ich konnte dann eben Gerne, Game Over Adieu Bis zum nächsten Mal.